Wir wollen jetzt mit dem türkischen Botschafter auch über diese Situation sprechen. Er ist heute Morgen bei Christiane Mayer in Berlin, denn die Türkei spielt eine große Rolle in der Flüchtlingsfrage. Es soll eine gemeinsame Lösung mit der EU geben und Christiane Mayer hakt nach, wie diese Lösung aussehen könnte. Schönen guten Morgen, Christiane. Ich habe dich nicht vergessen. Da bin ich aber sehr froh. Danke, Susanne. Ja, wir wollen nämlich mal den Rollenwechsel versuchen. Alle haben darüber geredet, wie dieser Gipfel aufgenommen wird in Europa und wenige haben darüber geredet, wie die Türkei das eigentlich aufnehmen. Deshalb ist bei uns heute der türkische Botschafter Hussein Avni Kazeoglu. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Mayer. Sie haben das ja jetzt mitbekommen und heute Morgen zum Beispiel hört man schon wieder, kaum ist der Gipfel vorbei. Die CSU formuliert ihr Misstrauen gegen die Türkei und auch ihre Vorbehalte gegen alles Mögliche. Und sie möchte nicht die Visafreiheit und auch nicht die Beitrittsverhandlungen. Wie kommt das bei Ihnen an? Also sehen Sie, wir sehen das Ganze in einem Gesamtbild. In einem Gesamtbild für Europa, für die Region, für uns, für uns alle. Und das Boot Europa, wir möchten, dass es schwimmt und nicht untergeht. Und die Zertrittenheit in Europa, wer wen aufnimmt, wie viele Menschen da kommen. Man verhandelt über Themen, das eigentlich Menschen angeht. Und jeder Mensch hat dann Würde. Und die Menschen sind keine Zahlen oder keine Summen, mit denen man so hin und her geht. Wir haben die Bilder von Imerdene heute Morgen gesehen, wie unter welchen schlechten Bedingungen die Menschen unter Kalt, Regen, ohne Verpflegung, krank. Das sind Menschen, unwürdige Lagen. Das muss man bekämpfen. Und dafür brauchen wir einen Zusammenhalt. Dafür brauchen wir uns gegenseitig. Und deswegen möchten wir ja auch, dass man uns auch hilft, eine faire Lastenausgleich. Die Bundeskanzlerin hat das ja erkannt. Sie setzt ja auf die Türkei. Und viele andere europäische Länder wären auch sehr froh, wenn die Türkei helfen könnte. Das ist natürlich eine eigenartige Situation, dass 500 Millionen Europäer nicht hinkriegen, was jetzt die Türkei lösen soll. Und gleichzeitig ihnen mit so viel Misstrauen begegnet. Schreckt Sie das ab? Oder wollen Sie trotzdem diese EU retten? EU ist wichtig. Und Europa ist wichtig. Wir sind auch ein europäisches Land. Wir haben auch die gleichen Werte. Und die Werte müssen aufrechterhalten werden. Und dafür brauchen wir uns gegenseitig. Heute ist die Situation brenzlig. In der Vergangenheit war es noch schlimmer. Während des Zweiten Weltkriegs, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg. Und da braucht man immer wieder die Türkei. Wir brauchen auch Europa. Und wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns gegenseitig keine Vorwürfe oder Missverständnisse oder Fingerzeigen. Wir müssen auf Augenhöhe sprechen. Und die Türkei, wie Sie auch eben sagten, mit ihren 80 Millionen, hat 2,8 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. 2,8 Millionen. Und von diesen 2,8 Millionen, und viele wissen das leider nicht, sind 900.000 Minderjährige. Also unter 18. Und von diesen 900.000 Menschen, Jungen, Jugendlichen, brauchen 700.000 Schulung. Die müssen auf die Schule gehen. Und wissen Sie, was die UNICEF gesagt hat? Eine Lost Generation. Und wir müssen diesen Menschen, diesen Jugendlichen helfen. Und da brauchen wir uns gegenseitig zur Unterstützung. Darüber gibt es, glaube ich, auch Einigkeit. Die Vorbehalte vieler Europäer gehen ja dahin, dass die Türkei die Menschenrechte nicht beachtet. Jetzt gerade auch bei der Pressfreiheit ein großes Thema. Und dass man eben doch nicht genau die gleichen Werte hat. Glauben Sie, wenn man die Beitrittsverhandlungen eröffnet mit Europa, dass man über diese Kapitel dann so reden kann, dass am Ende doch alle damit leben können? Wir müssen über alles sprechen. Über alles offen und fair und gerecht. Nicht schuldweisen, mit dem Finger zeigen. Wir können auch mit dem Finger zeigen, was hier geschieht oder da geschieht. Hier an der Grenze. Wo sind die Menschenwürde? Wo sind die Werte, die Menschen dort aufzuhalten, die Asyl suchen? Wir brauchen die asylsuchenden Menschen. Wir müssen denen helfen. Und wissen Sie, was die Türkei geleistet hat für die 700.000? Wir haben 350.000 Schulungen. Und 10.000 syrische Lehrer eingestellt, damit sie eben lesen und schreiben können, wenigstens. Zu guter Letzt möchte ich doch mit etwas Positivem enden. Griechenland und die Türkei haben sich gestern getroffen. Glauben Sie, dass vielleicht dort, was in Gang kommt, was so lange nicht in Gang gekommen ist, nämlich eine vernünftige Zusammenarbeit? Wir haben gesagt, wir nehmen alle, die nach einem bestimmten Datum, nach den Verhandlungen jetzt, auf die Inseln gehen, wir nehmen sie alle zurück. Aber das muss nachgewiesen werden. Türkei Sicherheitsbehörden, europäische Sicherheitsbehörden, griechische Sicherheitsbehörden müssen feststellen, dass die auf die Inseln gegangenen Flüchtlinge, wir nehmen sie alle zurück. Aber im Gegenzug müssen die Syrier, nicht alle, Syrier eins zu eins in der Europäischen Union neu angesiedelt werden. Und das war auch ein Versprechen von früh an. Also eine irreguläre Migration muss regulär gemacht werden. Und es ist nicht illegal, es ist irregulär. Und deswegen müssen wir auch zusammenhalten und zusammenarbeiten. Dankeschön für dieses Interview. Wir hoffen, dass es dann auch klappt mit der griechisch-türkischen, vielleicht auch der türkisch-europäischen Zusammenarbeit. Griechenland darf nicht sinken. Und wir sind froh, wenn wir einen reichen und einen guten Nachbar haben, anstatt einen armen. Dankeschön, Herr Kasiolio. Damit zurück zu euch nach Köln mit vielleicht einem kleinen Hoffnungsschimmer. Vielleicht wird ja doch noch am Ende alles gut, wenn alle zusammenhalten. Köln mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Köln mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Köln mit einem kleinen Hoffnungsschimmer.